Von 2003 bis 2007 war es die Serie, über die jeder gesprochen hat, OC California. Woche für Woche wollte man wissen, was Ryan, Seth, Marissa und Summer machen, wen sie als nächstes lieben oder in welche Dramen sie wieder verwickelt sind. Und knapp zehn Jahre nach dem Serienaus fragen wir uns, was eigentlich aus den Stars gewohnt ist. Irgendwie hat es ja keiner so richtig geschafft, an den Erfolg von OC anzuknüpfen, zum Beispiel Misha Barton. Schnell hat sie es bereut, frühzeitig die Serie verlassen zu haben. Sie hat weniger mit Erfolgen als mit Alkohol- und Gewichtsproblemen auf sich aufmerksam gemacht. Große Rollen ließen leider auf sich warten und auch in der Liebe gab es lange kein Glück. Und mittlerweile hat sie sich allerdings wieder gefangen und wird für Partys auf der ganzen Welt gebucht, wie letzte Woche zum Beispiel auf der Berliner Fashion Week. Anders läuft es bei Benjamin McKenzie, alias Ryan. Der spielt erfolgreich in der Serie Gotham mit und hat dort die Liebe seines Lebens gefunden. Was aus den anderen OC California Stars geworden ist, seht ihr auf Joyce.de. Und zwar auf der 65 Jahre, als eine Frau người stolt das, schon mal ein paar Schnellute. Und zwar bei der Luft Halle ist es bei der Über Doctor-Güßung.